Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video rechnen wir zusammen eine Klassenarbeit und zwar zum Thema Wahrscheinlichkeit und zum Thema Formeln. Formeln mit zwei Variablen, binomische Formeln. Es wird zehn Aufgaben geben, die werden nach und nach immer schwieriger sein. Und wir schauen mal, wie gut wir das zusammen hinbekommen. Wir fangen an mit der ersten Aufgabe. Vereinfache den Term 2x minus 4y plus 3x. Ich habe hier diesen Term nochmal abgeschrieben und was können wir hier vereinfachen? 2x und 3x können wir zusammenzählen zu 5x. Mit dem minus 4y können wir nicht viel machen, die schreiben wir einfach nochmal hin. Und dann haben wir uns hier den ersten Punkt geholt. Forme den Term 4 mal Klammer auf 2x plus 5 durch ausmultiplizieren um. Ich habe ihn hier auch nochmal abgeschrieben. Ausmultiplizieren bedeutet, du machst 4 mal 2x plus 4 mal 5. Dann haben wir also insgesamt 4 mal 2x, das sind 8x. 4 mal 5 sind 20. Verwandle den Term Klammer auf a plus 5 Klammer zu hoch 2 mit einer binomischen Formel in eine Summe. Ja, was bedeutet das? Wir können hier als kleinen Spickzettel nochmal die erste binomische Formel hinschreiben. Da steht Klammer auf a plus b Klammer zu hoch 2 ist gleich a² plus 2ab plus b². Und hier sehen wir, das ist eine Summe mit Plus dazwischen. Hier wäre es noch ein Produkt, weil man Klammer auf a plus b mal Klammer auf a plus b rechnet. Und wenn wir diesen Term jetzt umformen in eine Summe, ja, dann steht hier eben nicht a und b, sondern a und 5. Dann haben wir hier aber a² plus 2 mal a mal 5, ja. Unser b hier ist ja eine 5 plus 5 im Quadrat und das können wir auch noch ein bisschen zusammenfassen. Also a² bleibt und 2 mal 5 ist 10, also plus 10 a plus 25. Dann müssen wir eine Formel umformen und zwar die Formel v ist gleich s durch t nach s. Wir wollen also, dass s alleine steht. Wir können hier, ja, dieses t versuchen auf der rechten Seite wegzukriegen. Hier wird durch t geteilt. Was machen wir also? Wir nehmen mal t. Können es mal ganz ausführlich machen. Ich mache hier mal zwei Striche, manche machen aber auch nur einen Strich mal t auf beiden Seiten, ja. Wir machen mal diesen Zwischenschritt rein, den man meistens weglässt. Also ich mache auf der linken Seite mal t und auf der rechten Seite s durch t auch mal t. Und ich schreibe es gleich hier oben in den Zähler. Und jetzt könnte man ja hier das t kürzen, deswegen fällt das t weg. Und hier links bleibt es noch, das heißt am Ende haben wir v mal t ist gleich s. Und jetzt steht das s alleine. Man könnte natürlich auch umgekehrt schreiben, s ist gleich v mal t. Jetzt haben wir diese Formel nach s umgeformt. So. Eine ideale Münze wird dreimal geworfen. Ideale Münze bedeutet, die ist nicht verbogen. Die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl ist 50-50, also jeweils 50%. Und wir werfen dreimal, wie hoch ist die Chance, dass dreimal Kopf erscheint. Man kann sich hier einen Wahrscheinlichkeitsbaum zeichnen, muss man nicht unbedingt machen. Ich habe es hier mal gemacht. Und wir wollen, dass Kopf, Kopf, Kopf rauskommt. Das wäre also dieser Pfad hier. Und um die Wahrscheinlichkeit von solch einem Pfad auszurechnen, hast du irgendwann gelernt, muss man die einzelnen Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Das heißt, wir rechnen hier dann 1,5 mal 1,5 mal 1,5. So, 1,5 mal 1,5 mal 1,5. Das ist insgesamt 1,8. Oder als Prozent sind das 12,5%. 1,25 wären 25%, die Hälfte davon ist 1,8. Das sind 12,5%. 5 verschieden große Schüler stellen sich zufällig in einer Reihe auf. Wir stimmen die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich der Größe nach aufstellen, wobei der kleinste am Anfang steht. Wir haben hier also 5 Personen. Und der kleinste soll am Anfang stehen. Danach soll der zweitkleinste an zweiter Stelle stehen und so weiter. Jetzt können wir auch wieder Schüler für Schüler hier durchgehen. Wie hoch ist die Chance, dass sich der kleinste an den Anfang stellt? Er hat ja 5 Plätze zur Auswahl. Die Chance, dass er sich an den ersten stellt, ist 1,5. Dann bleiben noch 4 Plätze übrig. Der zweitkleinste hat also noch 4 Plätze zur Auswahl. Die Chance, dass er sich genau an diesen Platz stellt, ist dann noch 1 Viertel. Beim drittkleinsten ist es noch 1 Drittel und so weiter. Und der letzte, der dann auch der größte ist, ist dann automatisch auf dem richtigen Platz, wenn die anderen sich alle richtig hingestellt haben. Also können wir hier ein ganzes oder eins schreiben. Und wenn du das dann zusammenrechnest, dann sind das 1,120. Und das ist ungefähr 0,008. 0,008 mal 100 sind 0,8. Das heißt, in Prozent sind das 0,8%. Das war die erste Aufgabe mit 6 Punkten. Und wir kommen zur Aufgabe 2. Stelle für den Umfang der Figur einen Term auf und vereinfache ihn. Umfang ist gefragt. Nicht Flächeninhalt, sondern Umfang bedeutet, wir wollen einmal hier drum herum wandern. Schauen wir mal, was alles gegeben ist. Diese Strecke hier ist gegeben mit dem B. Also auf der anderen Seite hier auch. Dann haben wir diese Strecke hier gegeben mit dem A. Hier haben wir ein C gegeben. Auf der Seite hier auch. Und dann sind hier noch drei Strecken offen, die nicht direkt gegeben sind. Wir sehen aber hier oben, diese Strecke A ist natürlich gleich lang wie diese drei Strecken. Das heißt, diese drei gelben Strecken zusammen sind so lang wie das A. Und wir könnten jetzt einfach mal anfangen. Gehen wir mal im Uhrzeigersinn. Fangen wir hier an bei dem Kreuz. Das heißt, wir haben zunächst mal ein A. Dann sind wir hier drüben. Dann gehen wir hier runter. Das hat die Länge B, also plus B. Dann gehen wir hier rüber und nehmen wir gleich alle drei Strecken zusammen. Also nochmal plus A. Dann fehlt noch C und nochmal C. Können wir gleich plus 2C schreiben. Und dann fehlt noch das letzte B. Plus B. Dann wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Sind also einmal drum herum gewandert. Wir sollen den Term auch noch vereinfachen. Gehört hier auch noch dazu. A plus A sind 2A. B plus B sind 2B. Und 2C haben wir auch schon. Also 2A plus 2B plus 2C. Oder man könnte hier auch noch die zwei ausklammern. Dann haben wir zweimal, Klammer auf, A plus B plus C. Kleiner Term für diesen Umfang hier. Und in der B sollen wir den Umfang dann für A gleich 4 cm, B gleich 1 cm und C gleich 3 cm auch noch berechnen. Das heißt, wir setzen diese Zahlen hier unten ein. In unseren vereinfachten Term natürlich. Nicht in den längeren Termen hier oben. Das heißt, wir rechnen U ist gleich 2 mal. Und jetzt müssen wir schauen, was wir einsetzen müssen. Für A eine 4. Für B eine 1. Für C eine 3. Also haben wir 2 mal 8 und das ist 16. Und am Ende die Einheit wieder ran. Wir rechnen hier ein Zentimeter. Das heißt, mit 16 cm haben wir hier den Umfang berechnet. Aufgabe 3. Verwandle den Term, Klammer auf, ein Drittel A plus ein Fünftel S, Klammer zu, hoch 2, mithilfe der binomischen Formeln in eine Summe. Ja, hier ist auch wieder ein bisschen versteckt die erste binomische Formel drin. Ich kann sie auch nochmal aufschreiben kurz. Die erste wäre, Klammer auf, A plus B, Klammer zu, hoch 2, ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Hier ist unser A eben ein Drittel A und unser B ist ein Fünftel S. Das macht uns aber nichts aus. Wir schreiben trotzdem genau diese rechte Seite ab. Nur setzen wir für A eben ein Drittel A ein und für B ein Fünftel S. Also ein Drittel A und das Ganze hoch 2. Hier muss auch eine Klammer drum, weil wir ja dieses komplette ein Drittel A dann hier quadrieren. Dann kommt ein Plus 2 mal ein Drittel A mal ein Fünftel S plus B Quadrat. Unser B ist ein Fünftel S, also wie vorne ein Fünftel S, Klammer zu, im Quadrat. Und das können wir auch noch ausrechnen. Ein Drittel A Quadrat, ja dieses Quadrat bezieht sich ja auf beides, deswegen haben wir dann ein Neuntel A Quadrat. Dann können wir in der Mitte natürlich auch noch vereinfachen. 2 mal ein Drittel wären 2 Drittel, mal ein Fünftel wären 2 Fünfzehntel insgesamt. Kann man auch noch mal einen Zwischenschritt machen, aber wir hätten dann insgesamt 2 Fünfzehntel und A und S, also 2 Fünfzehntel AS. Und hier hinten hätten wir ein Fünfundzwanzigstel S Quadrat. Verwandle den Term 49C Quadrat minus 28C plus 4 mit Hilfe der binomischen Formeln in ein Produktstädter. Ja, hier ist jetzt ein Minus dabei. Das erinnert uns an die zweite binomische Formel. Die geht so, ich schreibe sie noch mal hin, A minus B hoch 2 ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Wir sehen hier also die rechte Seite dieser Formel, etwas versteckt. Und wir können es noch ein bisschen deutlicher hinschreiben, indem wir, ja, zunächst mal überlegen, was müsste A sein, damit A Quadrat 49C Quadrat ist. Wenn du hier 7C hoch 2 schreibst, 7C hoch 2 wäre ja 49C Quadrat. Dann müsste hier in der Mitte irgendeine 2, also der Faktor 2 stehen und dann mal A. Ja, was ist unser A? Das ist 7C, das haben wir uns ja gerade überlegt. mal B. Was müsste jetzt unser B sein, damit 2 mal 7 mal C 28C ergibt? Das hier ist ja nur 14C, also müssen wir noch mal mal 2 machen. Dann haben wir hier 2 mal 7 mal 2 sind 28C. Und hinten plus 4 wollen wir auch als Quadrat schreiben. Und jetzt haben wir hier auch noch mal die Kontrolle. 2 hoch 2 ist 4. Und jetzt sehen wir uns ganz deutlich, ja, die 2 hier ist unser B und die 7C hier sind unser A. So. Und jetzt können wir, ja, die linke Seite der Formel hinschreiben, Klammer auf, A, was ja bei uns 7C ist, minus 2, Klammer zu, hoch 2. Wir sind bei Aufgabe 4. Vereinfache den Term 6A mal 3B durch 9 minus minus 7 mal B Quadrat minus 4BA plus 3B mal minus 2B. Ich habe ihn hier nochmal aufgeschrieben und wir schauen Stück für Stück, was wir hier alles machen können. 3A mal 3B könnten wir zusammen, äh, 6A mal 3B könnten wir zusammenfassen zu, 3 mal 6 ist 18, A, B. Durch 9 können wir später kürzen. Machen wir erstmal hier weiter. Minus minus 7 ist plus 7 mal B Quadrat minus 4BA. Können wir noch nicht viel machen. Wir könnten B, A zu A, B umschreiben, weil wir hier vorne ja auch A, B haben und man sollte eigentlich immer nach dem Alphabet sortieren. Dann sieht man später schneller, was man miteinander verrechnen kann. Plus 3B mal minus 2B. 3 mal minus 2 ist minus 6, also können wir hier direkt minus 6 schreiben. Und B mal B ist B hoch 2. So, jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Ich muss hier mal kurz ein Fenster verschieben. Geht's? Ja, okay. Hier können wir kürzen, 18 und 9. Dann fällt unten die 9 weg, beziehungsweise passt einmal rein in die 18, zweimal. Dann bleiben hier 2AB übrig. Dann haben wir plus 7B Quadrat minus 6B Quadrat. Ja, ich kann es mal nochmal hinschreiben. Erstmal plus 7B Quadrat, dann hier minus 4AB minus 6B Quadrat. Jetzt können wir schauen, was alles zusammengehört. Hier sind ABs, 2AB und minus 4AB. Und hier sind B Quadrate plus 7B Quadrate und minus 7. Und dann können wir das hier auch alles verrechnen. 2AB minus 4AB ist minus 2AB plus 7 minus 6 ist einfach nur noch ein B Quadrat. Also minus 2AB plus dieses eine B Quadrat, was hier übrig bleibt. So, mehr können wir nicht mehr vereinfachen. Das reicht dann auch in dieser Aufgabe 4. Das sind schon die zwei Punkte. Und, ja, wir gehen zur Aufgabe 5. Hier geht es jetzt um Wahrscheinlichkeit. Lisa muss auf dem Weg zur Schule drei Ampeln passieren. Die erste Ampel zeigt mit der Wahrscheinlichkeit ein Fünftel grün. Die zweite mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 und die dritte mit der Wahrscheinlichkeit 90%. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Lisa A an allen Ampeln grün hat. Alle Ampeln grün habe ich hier als Ereignis nochmal aufgeschrieben. Ich habe es E genannt, alle Ampeln grün. Und wir versuchen die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis zu berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Ampel grün ist, ist ein Fünftel. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste und die zweite Ampel grün sind, ist dann ein Fünftel mal 0,5. Und wenn die dritte auch noch grün sein soll, nochmal 90%. Ja, wir multiplizieren ja entlang eines Pfades die Wahrscheinlichkeiten. Es ist natürlich schön, wenn wir hier alles als Bruch schreiben. 0,5 ist 1,5 oder 50%. Und 90% wären 9 Zehntel. Das könnten wir jetzt zusammenrechnen. Das sind dann insgesamt 9 Einhundertstel. Und das sind 9%. Also was wurde hier geprüft? Kann man diese Wahrscheinlichkeiten alle zum Beispiel als Bruch schreiben? Musste man nicht machen, hilft ja aber. Und weiß man, ob man multiplizieren muss. Bei der B wollen wir wissen, wie hoch die Chance ist, dass sie an keiner Ampel grün hat. Jetzt könnte man vielleicht auf den ersten Blick denken, ja das sind dann die restlichen 91%. Das stimmt aber nicht. Es gibt ja noch ganz viele Varianten mit 1. Ampel grün, 2. Ampel rot, 3. Ampel grün und so weiter. Wenn wir wollen, dass keine Ampel grün hat, müssen wir hier jeweils das Gegenereignis nehmen. Also die erste Ampel nicht grün. Die Wahrscheinlichkeit hier war ja 1 Fünftel, dass die erste Ampel grün ist. Das heißt, dass sie nicht grün ist, ist die Chance 4 Fünftel. Bei der zweiten Ampel ist die Wahrscheinlichkeit 0,5, also 50%. Dass sie grün ist, in dem Fall, dass sie nicht grün ist, dann auch die restlichen 50%, also mal 1,5. Und bei der dritten Ampel, die ist ja fast immer grün mit 90%. Das heißt, nicht grün ist sie noch mit 10%, also mit 1 Zehntel. Und dann haben wir insgesamt 4 Einhundertstel, also 4%, dass sie an keiner Ampel grün hat. Die Hälfte ist geschafft. Die Aufgaben werden langsam ein wenig schwerer. In einem Eimer sind 3 Gewinnlose und 7 Nieten. Katharina zieht 5 Lose ohne Zurücklegen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass sie mindestens 1 Gewinnlos erhält. Also was ist wichtig? Wir rechnen ohne Zurücklegen, wird gleich noch wichtig. Und wir wollen mindestens 1 Gewinnlos. Könnte bedeuten, 1 Gewinnlos von, wie viel zieht sie? 5. Könnte natürlich aber auch sein, 2 Gewinne, 3, 4, 5 Gewinne. Wir haben also ganz viele Wahrscheinlichkeiten. Es könnte sein, dass das erste Lose ein Gewinnlos ist. Oder das dritte Los. Oder das zweite und das fünfte. Oder alle 5. Und wenn wir so viele Wahrscheinlichkeiten haben, die wir berechnen müssen, dann ist es oft so, dass es auch einfacher geht. Was ist das Gegenereignis von mindestens 1 Gewinnlos? Das Gegenereignis ist kein Gewinnlos. Alles, was noch übrig bleibt, ist kein Gewinnlos. Und deswegen schreiben wir das mal auf als E'. E'. Also das Gegenereignis ist kein Gewinnlos. Dann sollte man natürlich wissen, wie kommt man jetzt mit dem Gegenereignis auf die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis. Also P von E. Und P von E ist, also wir wissen, dass sich diese beiden Ereignisse zu 100% ergänzen. Also können wir 100% minus das Gegenereignis rechnen und haben die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis. Statt 100% kann es auch einfach nur 1 schreiben. 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Gegenereignis. Und das ist die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis. Wir rechnen also 1 minus. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie hoch ist die Chance, dass sie keinen Gewinnlos zieht. 10 Lose haben wir insgesamt. 7 Nieten sind dabei. Das heißt, beim ersten Mal ziehen eine Niete, da ist die Chance 7 Zehntel. Dann soll sie beim zweiten Zug von diesen 5 Losen auch eine Niete ziehen. Wir haben ja dann nur noch 6 Nieten dabei. Und wir haben insgesamt nur noch 9 Lose im Topf, weil wir ja ohne Zurücklegen ziehen. Also 6 Neuntel. Die nächste Niete, 5 Achtel. 4 Siebtel und 3 Sechstel. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Lose gezogen. Die 1 Minus nicht vergessen. Und das sind dann insgesamt 11 Zwölftel. Das ist ungefähr 0,92. Und 0,92, das sind 92%. Aufgabe 7. Ein Multiple Choice Test besteht aus 5 Fragen. Bei jeder Frage gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. Ich markiere hier mal ein bisschen, würde ich auch immer empfehlen. Von denen jeweils eine richtig ist. David hat nicht gelernt und kreuzt jeweils zufällig eine Antwortmöglichkeit an. Wir stimmen die Wahrscheinlichkeit, dass er alle Fragen richtig beantwortet. Es gibt also, wir könnten uns auch nochmal eine kleine Skizze machen. Es gibt solche Fragen und da gibt es immer 4 Möglichkeiten. A, B, C oder D zum Ankreuzen. Und eine von diesen Antworten ist richtig. Die Chance, dass er also die richtige trifft bei einer Frage ist 1 Viertel. Die Chance, dass er das 5 mal hintereinander schafft, ist 1 Viertel mal 1 Viertel mal 1 Viertel mal 1 Viertel. Also 1 Viertel hoch 5. Und 1 Viertel hoch 5, das können wir ausrechnen. Da kommt dann ungefähr, was gleich gerundet, ungefähr 0,00098 raus. Und das wären in Prozent dann 0,098%. Also eine ziemlich geringe Chance, dass er hier komplett ohne Lernen, die er einschreibt, zu 0,098% schafft, das hier alle Fragen richtig zu beantworten. Bei der B wird danach gefragt, wie hoch die Chance ist, dass genau eine Frage richtig beantwortet wird. Könnten uns mal überlegen, wie hoch ist die Chance, dass er die erste Frage richtig beantwortet. Die erste Frage richtig ist ja 1 Viertel. Danach soll er aber 3 mal falsch antworten. Dass er falsch antwortet, die Chance ist 3 Viertel. Also 3 Viertel mal 3 Viertel. Und jetzt habe ich es gerade falsch gesagt. Der Test ist, es sind ja 5 Fragen, also soll er nochmal falsch und nochmal falsch antworten. Also 1 Viertel mal 3 Viertel hoch 4. Das ist aber die Chance, dass er genau die erste richtig und alle anderen falsch beantwortet. Dazu kommt ja noch die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die zweite Frage richtig und alle anderen falsch beantwortet. Oder genau die dritte oder genau die vierte oder genau die fünfte. Hier steht ja nur genau eine Frage. Das heißt insgesamt haben wir 5 mal diese Wahrscheinlichkeit. Und das ist dann ungefähr 0,40 und das sind 40%. Beim Torwandschießen treten 2 Teams gegeneinander an. Team 1 besteht aus Anfänger Alex, Trefferwahrscheinlichkeit 10% und Profi Paul, Trefferwahrscheinlichkeit 90%. Team 2 besteht aus Ellie und Sarah, beide jeweils mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Jede Person hat einen Schuss. Berechnen wir für Team 1 und Team 2 die Wahrscheinlichkeit für 0, 1 und 2 Treffer. 0 Treffer, Team 1, was müsste passieren? Es müsste passieren, dass Alex nicht trifft. Die Chance ist 90%. Ja, zu 10% trifft er, zu 90% nicht. Also 9 Zehntel ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht trifft. Und dann muss Profi Paul auch nicht treffen. Die Chance, dass er nicht trifft, ist nur 10%. Also mal ein Zehntel. Dann haben wir insgesamt 9 Hundertstel. Und das sind 9%. Also 9%, dass die beiden nicht treffen. Wir können Team 2 gleich anschauen. Ja, die Chance, dass Ellie nicht trifft, ist 50%. Weil sie auch mit 50% trifft. Die Chance, dass Sarah nicht trifft, ist auch 50%. Also ein Halb mal ein Halb. Das ist ein Viertel und ein Viertel sind 25%. So, kommen wir zu einem Treffer. Was müsste für einen Treffer passieren? Entweder trifft Alex und Paul trifft er nicht. Oder umgekehrt, Alex trifft nicht und Paul trifft. Wir haben also zwei Wahrscheinlichkeiten. Die Chance, dass Alex trifft, ist ein Zehntel. Dann soll Paul nicht treffen. Das ist auch ein Zehntel. Das wäre eine Möglichkeit für einen Treffer. Oder, was noch dazu kommt, plus die Chance, dass Alex nicht trifft, was ja 9 Zehntel ist. Und dann trifft er für Paul mit einer Chance von einem Zehntel. Ne, mit einer Chance von 9 Zehntel. Sorry. So. Und dann haben wir insgesamt 82 Hundertstel. Und das sind 82%. Schauen wir bei den Mädels hier. Die Chance, dass eine Person trifft oder nicht trifft, ist ja immer ein Halb. Also haben wir Treffer und Nichttreffer oder umgekehrt Nichttreffer und Treffer. Und das ist dann ein Viertel und ein Viertel ist also insgesamt zwei Viertel. Das sind ein Halb oder eben 50%. Und jetzt wollen wir noch zwei Treffer haben. Bei den Jungs trifft Alex mit 10% und Paul mit 90%. Das soll beides passieren. Also ein Zehntel mal neun Zehntel. Und das sind wieder neun Hundertstel. Und neun Hundertstel hatten wir hier oben schon 9%. Jetzt können wir zur Kontrolle auch schauen. 9 und neun sind 18 und 82 sind insgesamt 100%. Also eins von diesen drei Ereignissen wird passieren. Und bei den Mädels sieht es ganz ähnlich aus wie oben. Beide sollen treffen. Beide haben die Chance, 50% dass sie treffen. Also ein Halb mal ein Halb ist gleich ein Viertel. Sind 25%. Und dann haben wir auch insgesamt 25, 50 und nochmal 25 sind 100%. Aufgabe 9. Vorletzte Aufgabe. Von allen Kindern an einer Schule spielen 40% ein Instrument und 70% sind in einem Sportverein. Von denen die ein Instrument spielen sind sogar 75% in einem Sportverein. Wie hoch ist die Chance, dass ein zufällig ausgewähltes Kind ein Instrument spielt und in einem Sportverein ist? Ja, wir überlegen uns nochmal Schritt für Schritt. Die Chance, dass wir ein Kind auswählen, das ein Instrument spielt, ist ja zunächst mal 40%. Weil 40% der Kinder ein Instrument spielen. Also haben wir hier eine Chance von 0,4, dass das Kind ein Instrument spielt. Und es soll dann auch noch in einem Sportverein sein. Von den Kindern, die ein Instrument spielen, sind 75% in einem Sportverein. Das heißt, die Chance, dass dieses Kind auch im Sportverein ist, ist 0,4 mal 0,75. Und das ist insgesamt 0,3. Und das wären 30%. Also 30% ist die Antwort bei Aufgabe A. Bei Aufgabe B ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man jetzt wirklich versuchen, sich das irgendwie aufzuzeichnen. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Kind weder ein Instrument spielt, noch aktiv Sport treibt. Zu 60% spielt ein zufällig ausgewähltes Kind kein Instrument. Was wir aber nicht wissen, ist, wie viele von den Kindern, die kein Instrument spielen, auch nicht in einem Sportverein sind. Ja, wir haben ja hier nur Infos über die komplette Gruppe oder über die Kinder, die Instrumente spielen. Und eine Möglichkeit, sich das aufzuzeichnen, ist eine sogenannte Vier-Felder-Tafel. Wie funktioniert das Ganze? Wir können hier mal sagen, I heißt, das Kind spielt ein Instrument. Und I' heißt, das Kind spielt kein Instrument. Dann können wir sagen, Sportverein. S heißt, ein Kind macht Sport im Verein. Und S Strich heißt, ein Kind macht kein Sport in einem Verein. Und jetzt machen wir uns hier so eine kleine Tabelle mit allen Infos, die wir haben. Ja, wird ein bisschen grumm. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Und wir schauen mal, welche von diesen Feldern wir hier insgesamt ausfüllen können. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, sich das hinzuschreiben, aber so finde ich es am übersichtlichen. Ist natürlich schon eine schwere Aufgabe, sich hier selbst was zu überlegen, wie man das Ganze aufschreiben könnte. Sagen wir mal, 100 Kinder sind in der Gruppe oder wir rechnen mit 100%. Ja, also insgesamt stellen wir uns vor, wir haben 100 Kinder. 40 spielen ein Instrument. Das heißt, hier bei Instrument haben wir 40 Kinder. 70 sind in einem Sportverein. Das heißt, hier bei Sportverein haben wir 70 Kinder. Dann haben wir 30 Kinder, die nicht im Sportverein sind. Und wir haben 60 Kinder, die kein Instrument spielen. Ja, 40 und 60 sind 100, 70 und 30 sind auch 100. Dann, was wissen wir noch? Wir wissen, von denen, die ein Instrument spielen, sind 75% in einem Sportverein. Also hier sind die, die ein Instrument spielen und von denen sind 75% im Sportverein. 75% von 40 wären 30. Ja, 0,75 mal 40 sind 30. Das heißt, wir haben hier, hier fehlen dann noch 10 Kinder, die ein Instrument spielen, aber kein Sport machen. Jetzt können wir den Rest ausfüllen. Sport machen, Sport und Instrument machen 30. Haben wir hier auch schon diese 30%. Das heißt, hier fehlen noch 40 und hier fehlen noch 20 und dann passt alles. 10 und 20 sind 30, 40 und 20 sind 60. Geht alles auf. Und jetzt können wir ablesen hier, kein Instrument und kein Sport. Das sind hier noch 20 von den 100 Kindern. Also 20%. So, dieser eine Punkt war schon sehr schwer, um eben zu schauen, ob hier jemand auch wirklich sehr gut ist und sich auch in so einer Klassenarbeitssituation ein neues Werkzeug ausdenken kann. Das ist natürlich, ja, für die 1 plus fast schon oder für die 1. Man kann ja auch ein paar Fehler machen, kriegt trotzdem meistens noch eine 1, wenn man jetzt alles andere richtig hätte. Die letzte Aufgabe, die 10, ist auch nochmal eine, bei der man ein bisschen nachdenken muss und bei der es nicht um Wahrscheinlichkeit, sondern um Terme geht. Gebe einen beliebigen Term mit zwei Variablen x und y an, dessen Ergebnis nie negativ ist, egal was für x und y eingesetzt wird. Positive oder negative Zahlen. Es soll nie negativ sein. Also wir müssen hier irgendwie x und y in unserem Term verarbeiten. Plus, minus, mal geteilt. Ist erstmal egal, ich mache hier einfach mal plus. Und jetzt wollen wir aber, dass das, was rauskommt, niemals negativ ist. Und das könnten wir machen, indem wir zum Beispiel das Ganze quadrieren. Hoch 2, dann ist es nie negativ, weil auch wenn hier was Negatives drinsteht, minus mal minus gibt plus, dann kommt was Positives raus. Und wenn hier schon was Positives drinsteht, kommt auch was Positives raus. Das wäre schon der erste Punkt. Und die b ist hier auch wieder ein bisschen schwerer. Der Term soll genau dann positiv sein, wenn x negativ ist. Und y darf eine beliebige Zahl sein, außer der 0. Das heißt, wir müssen wieder irgendwie x und y einbauen. Wenn x negativ ist, dann soll der Term positiv sein. Also ich schreibe es mal so. Wenn x negativ ist, dann soll das Ergebnis positiv sein. Egal was y ist. y kann negativ oder positiv sein. Und wenn hier steht, genau dann positiv, wenn x negativ ist, dann heißt das natürlich umgekehrt, wenn x positiv ist, dann soll das Ergebnis nicht positiv sein, sondern negativ. Also genau dann heißt, genau dann, wenn x negativ ist, soll was Positives rauskommen und sonst eben nicht. Und da muss man jetzt überlegen. y darf jeweils was Beliebiges sein. Wenn wir hier ein Mal reinbasteln. Wenn jetzt x negativ wäre und y negativ, minus mal minus gibt plus, dann kommt was Positives raus. Wenn y negativ wäre und y positiv wäre, minus mal plus gibt minus, dann kommt was Negatives raus. Das wollen wir nicht. Wir könnten jetzt natürlich sagen, gut, wir machen das y immer positiv, indem wir es auch wieder quadrieren, wie in der a. Wenn jetzt das x negativ ist und das y ist immer positiv, dann kommt hier was Negatives raus. Funktioniert also auch noch nicht. Wir könnten aber überlegen, wenn wir das y hier immer negativ machen. Also wir haben hier das auf jeden Fall positive y, egal ob was Negatives oder Positives eingesetzt wird. Und wir wollen, dass das immer negativ ist. Dann machen wir da einfach noch ein Minus davor. Ja, einfach ist leicht gesagt. Das ist jetzt schon auch wieder eine schwere Aufgabe. Wenn wir das so ausprobieren, wenn wir für y was Negatives einsetzen würden, dann ist es auf jeden Fall positiv und am Ende aber wieder negativ. Also steht hier immer was Negatives. Auch wenn wir was Positives einsetzen, ist es danach immer noch positiv und mit dem Minus negativ. Also hier steht immer was Negatives. Ich mache mal hier so eine Klammer drunter. Egal was du machst, das y ist immer negativ. Und das x ist eben je nachdem entweder negativ. Dann haben wir hier Minus mal Minus. Dann kommt was Positives raus. So soll es ja sein. Oder wenn das x positiv ist, haben wir Plus mal Minus. Dann kommt was Negatives raus. Und so soll es ja auch sein. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, diese 10b zu lösen. Ja, du hast gesehen, es fängt einfach an, wird aber immer schwerer. Vor allem die 9b und die 10b sind dann die wirklich knackigen Aufgaben. Diese letzten zwei Punkte, um die zu holen. Ja, muss man schon schwere Sachen lösen. Die anderen Aufgaben 8, 7, 6 und 5 sind so als mittelschwer angesetzt. Und die davor sind eigentlich nur pure Anwendungen. Die werden dann als leicht angesehen. Und ich hoffe, mit diesem Video, ja, entweder hast du diese Klassenarbeit gerade geschrieben und schaust es dir als Verbesserung an. Oder du bist hier ein Zuschauer, eine Zuschauerin auf YouTube und schaust es einfach an, um dich auf eine Klassenarbeit vorzubereiten. Dann hoffe ich, dir hat es ein bisschen was gebracht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.